Hey Mädels, wie geht's denn? Hä? Keine Alkopops, ich hab mich schon so gefreut. Oh, das kotzt mich jetzt echt an. Zicken Terror! Lucia, ich hab dir doch gesagt, du sollst genug Alkopops kaufen. Mann, auf dich kann man sich echt nicht verlassen. Oh, der Junge hat echt einen totalen Schaden. Können wir ihn nicht zurückgeben? Bitte, bitte. Lucia, lass ihn uns zurückgeben. Ja, schon, aber der Kleine ist einfach so süß. Hey, wie wär's, wenn wir in die Bar gehen? Aha. Was? Hä? Ihr könnt doch nicht ungeschminkt in eine Bar gehen, so kriegt ihr doch nie einen Jungen. Oh Gott, so unstylisch. Wer macht mit? Ja, hier, ich. Ich mach mit. Hoi, darf ich euch schminken? Bitte, bitte. Jetzt reicht's mir aber. Ich bin hier die Einzige, die euch schminken darf. Oh, ich bin so toll. Und ihr seid solche Flaschen, gell? Ah, wo bleiben meine Alkopops? Ja. Ja.